Bei neuen russischen Angriffen auf die Ukraine sind mehrere Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Unter anderem wurde in der südwestlichen Hafenstadt Odessa ein Lagerhaus von einem Marschflugkörper getroffen. Laut Behörden wurden dabei vier Menschen verletzt. Zudem brach ein Feuer aus. Odessa ist für den ukrainischen Export wichtig. Die Stadt wird immer wieder von russischen Raketen und Drohnen getroffen.